einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde auf youtube ich hoffe es geht euch hervorragend wir sind wieder hier bei 40k goldgang zweite folge jetzt das komische ding ist wieder am rumtreller mal zu langweilig ist das heißt wir müssen action machen sonst schlecht dass sie vielleicht noch ein servitor jetzt ja wortbildungsstörungen ja im alter passiert sowas schon mal er taucht hier einfach auf bürger gefunden ja bürger ja bürger das sind sehr effektive bürger wir haben ihre quote aber noch nicht erreicht die müssen noch ein bisschen was schaffen würde was ist hier wo passiert ist hat einer wachstum und hallo da gehen wir doch einmal hier vorne mit schluss mal rechts rum warte mal hier erstmal leben leben ist wichtig hallo naja einer von den vierten auswählern der gott nehmen was mal der sinn ist heute wieder mal eine richtige lor schenke für meine zuschauer hier so nämlich wie komme ich dahin aus diesen rosa kommen so pinke dämonen raus rosa oder pinke horrors und leute das ist schon alles ein bisschen zu lange her ich kann nicht immer so grob an die einzelnen dämonen sorten erinnern das war damals auch im täglich habe ich auch chaos gespielt aber hauptsächlich dem anderen aus gott wahrscheinlich der bekannteste von allen der gott des blutvergesens ich habe ich gerne gespielt die jungs waren halt alle und das ist jetzt die shop ja meine lieben freunde wenn ihr bei mir zuschaut lernt ihr auch noch was da ob der da hochkommt ja wohl aber ich habe ihn gezielt die shop dann geht auch zumindest ist soweit auch ein bisschen gefangen zu bauen kann man sich schon mal merken ein munizieren um hier war ich doch schon ja orientieren sind wie gutes eichhörnchen um um es ist zurück ich habe mich an der roten Tür vorbeigelaufen ich habe doch so ein romisches Schlüssel angesammelt ja ich bin nicht nahlos an der Tür vorbeigelaufen ich habe es nicht mehr bemerkt ich habe es nicht mehr bemerkt ich habe es nicht mehr aller verlieren da rüber da rüber ah ja also diese krachen penetrator-munition die ist halt schon ziemlich gross und die macht nullen damage das ist geil oh wer bist du denn? ein feuer-damer und genau rosa Horror und das müsste dann ein warte mal und das andere müsste dann ein blauer Horror ok ja Leute farbenblind was willst du machen und angranaten haha zwischenzeitlich mal kurz getornet haha ja stumpf ist drum leider anyways cool ein laugle Oh Oh. Oh. Ist da was da, Garnate? Putz! Boim. Was machst du da? Was ist der lag? Oh. 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 Das war's. Oh oh. Uhu. Ein bisschen zu viel move. That's not in secret. ich habe keine ahnung was das jetzt bringt ich habe irgendeine komische aura um mich das war doch wir waren doch schon ich habe heute glaube ich so eine kunst an türen vorbeizulaufen das ist schon nicht schlecht immer eine granate der fehlt auch ja 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 erst mal nachladen ja 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 Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, alles was Leben sozusagen ist, also Menschen oder diese Chaos-Space-Blings, die lassen hier so Hellpods fallen und alles was dämonisch ist, die lassen Rüstung fallen. Oh, okay. 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 Amo-Punition. Ah ja, genau. Das ist so der Horde von Dämonen oder Gegnern, die man halt hier hin muss. Erst dann geht's weiter. Huch! Hoppala! Äh, oh, ein bisschen bewegen. Äh, oh, ein bisschen bewegen. Ja, vi roll doch rein. Okay. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wo geht es weiter leute hier hoch bestimmt hier ist wenn die und das geht ja das geht nächste runde aber wieder unsere Achtung auch füllen Braumau wichtig weil schlechte Spieler brauchen auch alle Panserungen und alles Leben was sie kriegen deswegen so ein bisschen ein bisschen so gut die nördliche der Wahnsinn rumpullen das sind so ganz kleine Dämonen wie eigentlich also wieder mal hört die Lore Channel Leute nördlinge sind die ganz kleinsten Dämonen von dem solchen Gott Nörgle logischerweise, macht ja Sinn und das sind eigentlich nur kleine rumtollende Kinder die Krankheiten verbreiten, mehr ist es wirklich sicher na, hallo ok ich sehe die Tür wo ist der Schlüssel oder wo geht's weiter wahrscheinlich jetzt schon wieder dreimal an irgendwas vorbeigelaufen muss weitergehen das ist auch eine die ist ein roter Schlüssel äh da ist eine Treppe ah wunderbar naja hey 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 und er will mich die kleinen jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet welche farbe der schlüssel hat aber ich glaube blau war es nicht natürlich im letzten Fall schliegen aber egal dass er uns eben blieb zu oder das ja 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 Oh, hallo. Junge, die hab ich ja komplett übersehen. Okay, das war ein Shotgun. Ja, das ist, das ist overkill. Ha! Ha! Ach, einfach den Schlägen ausgewogen. Geh doch da hoch, Mensch. Oh. 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 Mordes. Bei der Wunsch selber schädelt hat auch wahrscheinlich echt nichts in der Birne. Oh. Oh, oh. 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 Okay. Okay. Oh. 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 Oops Ok Kadaoi Noo Uuuu Oh. Okay. Moment. Wo kommen wir eigentlich alles her? Was? 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 Was ist das? 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 Oh, noch eine Kröte Meine Güte Oh, nicht mehr allzu viel Leben Wir müssen aufpassen Ah, guck mal Na gut Man muss nur meckern und schon nicht bleiben Gibt einem das Spiel was So Kann man auch jemandem schießen hören? Oh Oh, ein gelber Schlüssel Das ist gelbe Tür Wahrscheinlich schon wieder übersehen Geschwister Tür 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 Luftwege schwer zu erkennen Das ist super Super Ja Da war ich doch auch schon oder nicht? Oder? Ähm Geh auch nicht nach In diesem Fall Ein drückchen rum Okay, wenn ich mal nebenher gekommen bin Muss ich wahrscheinlich hier rüber Nein Ähm Meine Brille Leute, es tut mir leid Ich bin halt blind Und Gut Ich trage tatsächlich eine Brille Aber Ähm Das darf eigentlich Für sowas keine Ausrede sein Peine Güte Ruhe Alles eingesammelt Oh Es geht weiter Was ist das? Keine Ahnung was das jetzt war Hat man irgendwie mehr Damage oder so? Keine Ahnung was das jetzt war Hat man irgendwie mehr Damage oder so? Oh Oh Da scheint mir ja so ne große Schlöte zu sein Öh Ey Vielleicht soll ich den Platz mal werfen Nichts immer mehr von mir an Scheiße 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 Ungewinn zu sein Macht glaube ich Sinn Ich hab gerade eben doch selber festgestellt Dass der A und E macht Ja 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 Geht mir doch wenn auch die Eier Leute Hä 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 Einfach mal ein bisschen Leben hier Hallo Schneid Lass mich in die Ruhe Ah, nein. Oh! Oh! Wo ist die Porto? sehr gut das finde ich gut oh hallo jungs, moment mal das war's schön den Ausgang nahe, Lebenszeichen festgestellt Ausgang nahe, ja, stimmt sogar ähm hm Ausgang nahe hier vielleicht? irgendwie das Gefühl, dass ich hier schon war ja, ja, hier war ich schon nein vielleicht, wenn ich hier rauskomme auf der anderen Seite wahrscheinlich ist dieses Spiel einfach nur stumpf, simpel und absolut einfach auch von der Levelführung her ich krieg's halt einfach nur nicht auf die Kette wow ja neunzehn Minuten, wo man wahrscheinlich eher so zwölf Minuten gebraucht hätte wenn man etwas besseren Orientierungssinn hat ach ja, schön ok Leute es war mir wie immer eine Ehre und ein inneres Blumenpflücken und da beenden wir es hier wünsche euch noch einen wunderbaren Tag ich hoffe ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal bei und macht's gut tsch tsch tsch